So, wir kommen jetzt in die nächste Runde. For Science the Kauldron. Und legendär. Was? Ach nein. Was war das? Was, 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 was? Jetzt machst du jetzt richtig Spaß, Junge. Jetzt kommen die ganzen abgefuckten Dreckstherry. Jetzt geht's ab hier. So, jetzt schalte endlich. Okay. Om nom 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 nom. Dude out in Valhalla ist sowieso die... Das geht das geilste Level. Ah, lebe ich es. Tausende von Mantis. Ah. So, der 6 bis 10 ist viel besser wie 1 bis 5. Ja, Mann. Abwechslungsreich, ja. Leider gibt's auch nicht irgendwie 11 bis 15. Ah. Oh, was war das denn? Und wer lebt noch? Das war total professionell. Rülpsen. Ja, ich bin so professionell, ich rülps und trinke bei mir. Telemetrie online. Spartan-Tags. Ah, leckt auch gar nicht. Steht. Ein... Crimson, sichern Sie das Gebiet. Nia, versuchen Sie die Forschung zu erreichen. Sagen Sie ihm, was hier für unterwegs ist. Sag mir noch hier. Ah, Niedler. Niedler nehmen wir mal mit. Oh, jetzt lecker. Oh, lecker. Ich bleib. Oh, guck mal, ich kann in der Luft schweben. Junge. Alter. Crimson, ich markiere ein paar Kommunikationsanlagen für Sie. Was muss man für eine scheiß Leitung haben, das ist das funktioniert, Alter. Ohne... Ohne Probleme. Ich hab ne... Auf jeden Fall keine 100.000. Ich hab ne fucking 100.000er, Alter. Das ist immer noch bei mir am Lagen. Das ist einfach nur ein Scheiß, der programmiert von dem ist. Das wird mir keine Erlaubtung, wenn du das schweißt, der weglaufen. Oh, ich bin gleich zu den ganzen Eliten. Da ist ein Sniper. Tschüss. Hab alle Sniper geholfen. Ich nehme mal einen Sniper mit. Ich muss hierhin stehen bleiben, weil sonst lags bei mir so hart, dass ich nicht mehr mehr richtig laufen kann. Obwohl ich... ...schleiche. Ich bin wieder ziemlich ernster von mir versteckt, das war, oder? Ist was. Gut. Wo ist ein anderer Sniper jetzt, oder? Na, die ist diesmal. Ich bin mal ein bisschen weit, ich kann schon mal... Ich bin, dass die Dinger auch nicht kleben bleiben. Hervorragend gemacht. Da musst du eine Plasma nehmen, Junge. Ich glaub, du hast nicht meine... ...die letzte Position des Forschungsteams. Was? Hä? 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 Dann los, Crimson. Da ist die UNSC aus Rüstung. Nicht mehr weit. Arsch. Oder was? Oder was? Ich bin jetzt. Mama. Mama. I'm down. Riebel, lass dich töten. Riebel, stirb. Deine Mama. Alter, lag attack. Voll geil. Ich hab' das nicht drin, das sei. Wir haben den Ebel in Vollzaktion erlebt. Den spielst du jetzt richtig mit dem Griff. Eine Fresse. Hör doch mal auf damit, Mann. Du kannst es knicken, wenn der richtig hinter ist, wenn der da ist. Ja, den hast du nur ruhig hier unten liegen gelassen. Doch. Niemand hier. Niemand hier? Was war das gerade, du Affe? Clemson, spielen Sie die Aufzeichnung des IFF-Texas. Bazzi! Erinnert euch noch an den von gestern, den wir so auf den Sack gehauen haben? Den habe ich jetzt in die AFL wirklich aufgenommen, jetzt möchte er gerade Halo 4 spielen. Geht mal raus, einfach mal die Party zuzumachen, weil er sonst gleich hier drin ist. Ist das ein Russe oder was? Oh. Nein, das war ein Stürzer. Ich weiß nicht. Ich glaube, der ist auf eine Suche nach... Ne, nicht wirklich, der war scheißen schlecht, Alter. Der hat in einem Spiel auf jeden Fall einen 1 auf, ich glaube, 36 gemacht. Und ist drin geblieben. Ey, lass ihn in die Party, lass ihn in die Party! Er dachte sich einfach mal, er sucht sich eine gute Party, mit denen er jetzt zocken kann in Zukunft, oder? So, mit dem Dreh rum, ja. Alter, wir haben noch einen Sniper hier oben, ne? Ich bin mit einer Bazzi unterwegs. Da er ja Sniper ist für mich jetzt ein bisschen... Mach mal einer das Schild auf. Dann lass dich alle weg von dem Attribungsschalter, halt. Wie mache ich das denn auch? Attribung? Nee, ich kann keinen Knopf drücken. Wir können dafür drücken. Kann ich den Knopf zu drücken, oder so? Klammer. Wie kannst du das mal aufreheben? Oh, leckt das bei euch auch so? Nicht so wirklich. Massive Feindbewegung in der Nähe. Bereit machen! Ich hab noch, dass wir in der Nähe vom Chico zu wohnen. Ey, auf. Wander, entschuldigen Sie die Störung. Was gibt's, Darken? Ich habe ja ein paar Eierköpfe, die Hilfe brauchen. Was für Eierköpfe? Ich will keine Eierköpfe. Die hab ich auch hier. Hintergrund! Oh! 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 Setze bereits einen Wegpunkt, Commander. Wir müssen das Gebiet sichern. Oh, ich hab nämlich ein Schwert. Ey, dafür, dass ich nicht mit der Stasi umgehen kann. Alter! Bremsen! Ja, tut mir leid, ich hab geschossen. Ich war One-Shot, hab nix gesehen und dann dachte ich... Du hast das Geld gebraucht, wa? Ah, jetzt darf mein Knopf drücken, oder was? Fick den. Heißt halt. Ja, jetzt waren wir auch die letzten Gegner weg. Guck, da kommen die Nächsten. Damit sie auch nicht langweilig werden... ...darf auch nicht langweilig werden. Das heißt Kampfgewehr, Mann. Schild die diese Mon-Shot! Ich bin genau in die Gefassmagnate reingelaufen. Ist das geil. Ist doch scheiße. Der irgendwie rennt da rein mit dem Schwert, Junge. Gänzt da nicht. Ich hatte eh keine Modifizion mehr, da dachte ich mir, so kann ich auch mal rein. Dann kann ich's auch... Dann kann ich's gar nicht... Guck, da haben wir noch welche. Guck, da sind ja noch welche. Guck, da sind ja noch welche. Guck, da sind ja noch welche. So, wo sind die denn? In der Menge Phantasie. Wir müssen hier rechts runter, Junge. Du? Hier ist Moni, Junge. Hier gibt's Moni. Aua, aua, aua. Ach, mehr, Mann. Aber fucker. Was sind die denn? Oh, hinter mir! Alter, seid ihr irgendwie betrunken, oder was? Ein bisschen, warum? Ich bin mir jetzt betrunken. Ja, also ich wollte schon mal anfangen. Ich bin ständig voll. Koffeintrip. Ist doch nicht mal das. Bleiben Sie, wo Sie sind, Doktor. Lassen Sie die Profis... Heißen, Maul, aua. Was? Ich hab's ja nicht den Tag überstanden, als du so lange... ... du Tag warst. Ich? Ja. Der war doch schon ewig nicht mehr in Lando und Wacht. Definieren wir, vor welchem Tag der denn jetzt? Welchen Tag meinst du denn jetzt? Wir haben doch einmal so lange gezockt, bis um eins oder so. Und du musstest aber irgendwie schon mal wegstehen. Ach, das ging grad lock auf lock ich. Ja? Bisschen gearbeitet. Länger Pause gemacht, früher gegangen. Also wie immer. Geht doch alles. Ja, aber wir haben's doch keine... Gleiszeit, aber ich hab's mir einfach Gleiszeit gemacht. Ich war ja am Mittwoch bis um vier oder so auf der Studenten-Party. Was? Ey, was mit ihm hier? Alter, gab's doch schon Zits, ne? Ja. Reichlich. Reichlich. Geil war nur, dass ich dann um acht aufstehen musste. Ja, ich kenn das. Ich hab's eine gemacht, muss ich an der, äh, an der Tanke, wo ich meinen Nebenjob mache. Um sechs Arbeiten war über bis, äh, halb fünf. Sowas von Hagenstramme. Dr. Rivera, Sie können die Schilder jetzt runterfahren. Wunder damit, du Arsch! Geht doch. Hat der Pist, hast du aufgehört? Yay! So, warte ich noch ne Episode? So, Skyline, welche Ausrede hast du? Ich kann ja sagen, dass meine Leitung hier scheiße ist. Entschuldigst du deine wenigen Kills? Ey, habt ihr keine Lust? Inkompetenz. Ja, genau. Jaaaa. Wollen wir jetzt noch ne Episode, oder wat? Mach nur eine rein. Okay, eine machen wir noch. Juhu.